Guten Morgen meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar Mittwoch, 19. Oktober schreiben wir heute und wir wollen ja einen Tag vor der EZB bereits auf den Euro gegenüber dem US-Dollar schauen. Morgen ja hier EZB-Event wie immer, wird recht spannend werden und sollte man auch im Hinterkopf haben, denn Hintergründe zum Anleiheaufkaufprogramm machen die Runde. Ja, auch hier Volumen wird wahrscheinlich unverändert bleiben, aber es soll ja hier nicht unbegrenzt laufen und im nächsten Frühjahr unter Umständen enden und das ist natürlich immer das große Fragezeichen, ob da nochmal draufgelegt wird oder eben hier so eine Art Tippering aus den USA stattfindet, also hier ein Rückfahren der Liquiditätsschwämme. Vielleicht kommen da erste Meldungen am Donnerstag, sprich morgigen Tag, da darf man mal sehr gespannt sein. Letztlich Euro-US-Dollar hier definitiv in einer lauer Stellung. Wir hatten den unlängst erst im Radar mit dem britischen Fund und einem ermöglichen Erholungsimpuls. Hier mal ganz kurz noch das Bild auf den großen Wochenchart. Wir haben hier im Bereich um 1.10, 1.09.50 roundabout eine Unterstützungszone, die hier zuletzt eben im Juni mehrfach getestet wurde. Anfang Juli auch nochmal klar hier. Und dieses Level ist definitiv hier, wenn man das auch noch weiter zurückführt ins Jahr 2011, eine Zone, die man beachten sollte. Und dieses Level, wie gesagt, wurde letzte Woche hier mit dieser durchaus sehr, sehr bärischen Kerze wahrlich touchiert. Und hier haben wir jetzt im Tagesschart nochmal die genauere Situation eben vor dem Hintergrund, hey, was macht Euro-US-Dollar jetzt denn hier in dieser Situation? Und wir sehen hier eine Art Hauziehen, keine klare Richtung. Der Durchbruch nach unten ist nicht erfolgt. Zum Wochenstart haben wir hier einen positiven Bias gesehen. Es wird auch heute nochmal eine Meldung zum US-Dollar-Index geben, eine Beschau. Dieser ja hier auch mit einem klaren Ausbruch, was eigentlich dafür spricht. Und das sehen wir eben jetzt hier auch mit diesem blauen Tendenzpfeil, dass Euro-US-Dollar nach unten wegkippt. Technisch gesehen die Wahrscheinlichkeit aktuell nicht von ungefähr. Wobei man natürlich ganz klar sagen muss, wenn es morgen Informationen seitens der EZB gibt in Sachen Rückführung der Liquiditätsschwämme, mögliche Inflation kann kommen, wir wollen es nicht weiter anheizen oder was auch immer, dann kann es natürlich hier plötzlich sehr, sehr eurobullisch werden und dann hier entsprechend einen Impuls nach oben geben. Das muss man definitiv abwarten. Aktuell ist das hier eine 50-50-Chance an diesem Support-Level. Und wenn man eben die letzten Wochen zurückschaut, gab es von diesem Level ausgehend immer eine Erholungsbewegung. Deswegen auch hier dieser blaue Tendenzpfeil, der zunächst eben eine Erholung durchaus zulässt. Und das würde ich auch weiter unterschreiben wollen, sodass es dann möglicherweise hier durch die EZB durchaus erstmal einen Erholungsimpuls gibt. Heute dürfte es rein statistisch bei einem positiven Tag bleiben. Wir haben hier Mittwoch den stärksten Wochentag wohl bemerkt mit 62% positiver Schlusspreise. Das ist eine klare Ansage. Interessanterweise, Sie sehen es ja, der Dienstag negativ, das hat gestern auch wieder gestimmt. Und der Montag mit 53% positiv auch bullisch. Also das hat bislang zur Woche gestimmt, rein tendenziell. Und Sie sehen, zum Wochenausklang wird es wieder ein Stück weit schwächer, insbesondere der Freitag. Auch hier statistisch gesehen mit etwas weniger positiven Bias. Aber zurück zum eigentlichen aktuellen Geschehen. Eben hier die Tatsache zur EZB sollte man aufpassen, dass wenn es denn dazu kommt, dass das Ganze ein bisschen in Sachen Drückung der Liquiditätsmaßnahmen kommt, dann kann Euro da wirklich stark von profitieren. Dann kann es auch hier einen wirklich mega größeren Move geben, der hier in Richtung Widerstand 1,1150 geht. Dort allerdings dann hier, gerade auch vor dem übergeordneten Gesichtspunkt und auch, Sie sehen ja hier diese Abwärtstrendlinie von oben kommend, unlängst auch diesen Trendlinienbruch, wäre das meines Erachtens dann eigentlich eine Short-Einladung. Sollte Euro-US-Dollar tatsächlich einen solchen Move nach oben vollziehen, gestützt durch die EZB, dann lässt sich vermuten, dass das hier eigentlich dann eine sehr, sehr schöne Short-Einladung wäre. Und der Tanz auf der Klippe, wie gesagt, ist wirklich so, dass es hier kurz vor einem Absprung steht. Es sei denn natürlich, es geht direkt nach unten durch, also sprich, wenn die EZB möglicherweise das Anleihekaufprogramm sogar nochmal aufbläht, nochmal verlängert oder Zeichen diesbezüglich in Aussicht stellt, dann kann es auch relativ schnell in Richtung 1,085 gehen. Und das ganz, ganz wichtig, ein Level auf der Südseite. Wenn dies gerissen werden sollte, dann sind wir hier beim Euro-US-Dollar sicherlich in der Situation, dass der Markt in Richtung Mehrjahrestiefs unterhalb von 1,05 absegelt. Das muss man ganz klar unterstellen. Deswegen aus aktueller Sicht hier ein Tauziehen. Ich denke, das zieht sich auch bis morgen hin wahrscheinlich, bis morgen 13.45-14.30. Intradeck kann man da hier sicherlich das ein oder andere Bewegungsquennchen einfangen, obgleich die Volatilität beim Euro-US-Dollar ja unverändert schwach ist, unverändert rückläufig. Wir bewegen uns hier zwischen 50 bis 60 Pips am Tag. Das ist historisch gesehen wirklich auf dem nahezu tiefsten Niveau. Wenn man 2013-14 mit reinnimmt, da waren ja auch Tage dabei, wo der Euro sich nur 30 Pips bewegte. Aber ich denke nicht, dass das ein Dauerzustand ist. Letztlich aber gegenwärtig die Situation. Und wenn wir uns kurz den Stundenchart hier mal anschauen, dann sind wir auch schon unterhalb des Pivot Points. Es kann hier durchaus nochmal in Richtung der Tiefs vom Wochenauftakt gehen, wenn wir unterhalb des Pivot Points bleiben. Oberhalb dessen sieht es hier ganz gut aus, dass man in Richtung 1.10.25 nochmal laufen könnte. Aber so richtig wahrlich starke Impulse, starke Ausschläge kann ich mir hier beim Euro-US-Dollar heute eigentlich nicht vorstellen. Dürfte RC werden. Die eigentliche richtige Action dürfte dann viel mehr eben am morgigen Handelstag stattfinden. Gerade eben zum Mittagsschrägstrich Nachmittagszeit. Ansonsten heute Nachmittag, meine lieben Zuschauer, haben wir wieder den Vorteil in Sachen JFT-Devisenradar. 15 bis 16 Uhr werden wir uns da nochmal ein paar andere Währungspaare näher anschauen. Dazu sind Sie recht herzlich eingeladen. Und ansonsten natürlich auch hier, um mal genauer zu schauen, was Sie mit Guidance, mit diesem Tool anstellen können. Nämlich mit uns, mit JFT Brokers hier direkt handeln. Über den Broker Login ist dies möglich. Und das ist natürlich eine ganz, ganz feine Sache, sodass Sie praktisch hier dieses Charting-Tool, dieses Cockpit zum Analysieren auch eben hier zur Trade-Abfeuerung nutzen können. Das Ganze synchronisiert mit dem Metatrader 4. Kein Extrakonto notwendig. Alles in einem. Insofern formidabler. Und das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns, wie gesagt, am heutigen Nachmittag wieder. Ansonsten spätestens morgen 9.30 Uhr. Bis dahin viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Ihr Christian Kimmerer. Und Tschüss. Bis dahin viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Untertitelung des ZDF, 2020